Auf der Flipper-Convention Anfang Mai in München fand die deutsche Flipper-Meisterschaft 2019 statt. Aber nicht nur die Profis konnten spielen, es gab auch mehr als 50 Geräte zum freien Spielen. Wir sind mal hingegangen, um zu entspannen. Denn Flippern ist ein Entspannungsspiel. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020